Das Kind hat nie geschrien, stattdessen nur geläutet. Kulis, ruf mich nicht an, ich weiß, du denkst seit Wochen dran, ich wär meines Lebens nimmer froh, ich will ins Fernsehen, aber nicht ins Radio. Kulis, ruf mich nicht an, ich weiß, du denkst seit Wochen dran, ich wär meines Lebens nimmer froh, ich will ins Fernsehen, aber nicht ins Radio. Der Junge macht's fast täglich, sehr fleißig telefonieren, den ganzen Ort erschrecken, die Verwandten arg blamieren. Kulis, ruf mich nicht an, ich weiß, du denkst seit Wochen dran, ich wär meines Lebens nimmer froh, Ich will ins Fernsehen, aber nicht ins Radio. Kulis, ruf mich nicht an, ich weiß, du denkst seit Wochen dran, ich wär meines Lebens nimmer froh, ich will ins Fernsehen, aber nicht ins Radio. Die erste Freundin flüstert, ganz zärtlich ihm ins Ohr, du Gernotik, stell mir jetzt eine flotte Nummer vor. Der Junge man erwidert, Sabine, du bist ein Hit, ich brauch nur noch einen Bleistift, dann schreib ich die Nummer mit. Kulis, ruf mich ruhig an, du denkst seit Wochen dran, seit gestern is es mir egal, mein Smartphone liegt jetzt im Kanal. Kulis, ruf mich ruhig an, du denkst, du geh seit Wochen dran. Seit gestern is es mir egal, weiss man von mir geht's im Kanal. Jösses, na, die Rotspip. Kulis, der Bademeister is nicht da. Aber auch wenn ich dich da wies, so wär ich in der Kastlein. Kulis, du Zebromi, kannst mit'n Köpfer auffahren. Kulis, ruf mich ruhig an. Gernot, mir ist fad. Kulis, ruf mich ruhig an. Das hätt' ich schon gesehen. Kulis, ruf mich ruhig an. Und fürchte dich. Mein Smartphone liegt jetzt im Kanal. Kulis, ruf mich ruhig an. Du denkst doch, hey, seit Wochen dran. Seit gestern is es mir egal, weiss man von mir geht's. Ich muss mich da wieder umstellen. Ich muss mich da umstellen. Was haben wir jetzt noch? Was haben wir noch zu sprechen? Tschüss. Tschüss. Sollte es noch ein, das schon geht, ne? Ja. Sollte es noch ein Löwe, so wie ich? Ich bin jetzt auch nicht bereit. Er ist drauf, bitte. Er ist drauf, bitte. Ja, nein, ich glaub, das hält. Was? Ich lass' raus. Also, was? Also, und wovon wir kommen? Wie starten wir jetzt? Also, wie starten wir jetzt? Also, du schiebst jemanden jetzt? Und dran? Prost! Lass' das übersteigen, dass er nur ein Schloss hat. Geh auf. Geh auf, geht's schon. Ja. Cool. Ja. Ja. Wenn du das vorspielen, das ist schön. Ja. Okay. Okay. Ja. Das ist okay. Unbedingt. Was haben wir noch? Pullis. Du brauchst dieses Sager, oder? Ich sag's jetzt so, wie's ich sag, nicht? Pullis, du kannst den Zeug. Okay. Ich hab's nicht getroffen. Aber ich probier's noch. Hopp. Ja, super. Ja, super. Fertig. Lass' durchrennen, okay? Ja, gerne. Schöne, das machen wir noch. Schöne, das machen wir noch. Okay, gehen wir nicht. Okay. So. Ja. Ja. Beruhig die Kulis. Schönen Abend noch. Super, du? Ja, danke. Haben wir bei dir.